Seht doch, da drüben! Psst, Mia, sieh doch. Hab ich da hinten gefunden. Ich könnte einen Anhänger daraus machen. Vielleicht für eine Halskette. Ich garantiere dir, sie wird dir verzeihen. Vereint uns, das müsst ihr sehen. Wow. Das ist wunderschön. Der Wahnsinn. Stimmt's, Anja? Der Ring. Ich werd verrückt. Wow. Aber wie sollen wir den da nur rauskriegen? Wow. Das Kristalleinhorn heißt uns herzlich willkommen. Es sagt, dass es die reflektierenden Kristalle kreiert hat, damit er sich an seinen besten Freund erinnern kann. Sein bester Freund ist Onshows Vater gewesen. Aber es ist schon so lange her, dass Ono verschwunden ist, dass auch sein Spiegelbild verblasst. Und nun ist es sehr, sehr einsam. Du hast recht, Onshow. Ihr vermisst ihn beide. Das war Onos Feder. Und das ist Onos Sohn, Onshow. Er will, dass du sie hast. Seht doch. Jetzt hast du einen neuen besten Freund. Dankeschön. Er will, dass du die Feder behältst. Ono ist doch dein Vater. Aber er dankt dir. Dein guter Wille hat ihn sehr beeindruckt. Wir haben den dritten Ring. Du weißt, wer ihn nicht kriegen darf. Politeus? Sag mal, wo ist er denn abgeblieben? Offenbar haben wir ihn verloren. Du denkst, wir haben ihn verloren? Nein. Er führt etwas im Schilde und wir werden bestimmt bald erfahren, was es ist. Abschnee Terminale 33 33 31 35 66 37 38 34 Untertitelung des ZDF, 2020